Nun, da Sie den BravaJet Bodenwischroboter zu Hause haben, müssen Sie nur noch einige wenige Schritte ausführen, bis Sie ihm seine erste Reinigungsaufgabe geben können. Auch wenn Sie sicherlich gleich anfangen möchten, sollten Sie darauf achten, dass der Akku vollständig aufgeladen wird, bis die Anzeigeleuchte grün leuchtet. Dies kann bis zu zwei Stunden dauern. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, müssen Sie ein Reinigungstuch auswählen. Wählen Sie das passende BravaJet Reinigungstuch für die gewünschte Reinigungsart aus. Nass wischen, feucht wischen oder trocken wischen. Und schieben Sie es in die Führung auf der Unterseite des Roboters ein. Wenn Sie ein Nasswisch- oder Feuchtwisch-Tuch auswählen, füllen Sie den Tank bis oben hin mit warmem Wasser. Denken Sie daran, den Deckel wieder aufzusetzen. Der BravaJet Roboter kann im Nassmodus bis zu 20 Quadratmeter reinigen. Stellen Sie den Roboter stets ungefähr 30 Zentimeter von der Wand entfernt in die linke untere Ecke des zu reinigenden Bereichs. Jetzt ist Ihr BravaJet einsatzbereit. Drücken Sie Clean einmal, um den Roboter aufzuwecken. Und drücken Sie Clean anschließend erneut, um die Aufgabe zu starten. BravaJet erkennt, welches Reinigungstuch Sie ausgewählt haben und reinigt dann automatisch auf die von Ihnen gewünschte Art. Dabei läuft er nicht auf Teppiche oder andere Hindernisse auf und bleibt Treppen und anderen Abgründen fern. Nach der Reinigung kehrt BravaJet zum Ausgangspunkt zurück und schaltet sich aus. Sie können dann das Reinigungstuch auswerfen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Wenn Sie BravaJet nicht benötigen, leeren Sie unbedingt vorher den Tank. BravaJet ist klein, sodass er leicht mit den Rädern nach unten oder auf der Seite mit der Akkuseite nach unten aufbewahrt werden kann.